Ich grüße euch, meine Genossen, und willkommen zu einer neuen Ausgabe von GameZoom Playtime. Ich, Lars, bin wieder hier mit Christoph. Hallo. Und wir reden heute über einen heiß ersehnten Titel. Zumindest für mich und ich weiß auch für sehr viele von euch da draußen. Wir reden nämlich heute über Metro Exodus, der dritte Teil der Metro-Reihe. Und vielleicht ahnt ihr es schon so ein bisschen, Exodus, wir sind nicht länger in den Tiefen der russischen Metro, sondern wir sind jetzt da draußen im Mutterland, nach der Apokalypse. Frische Luft, Schlappen. Frische Luft. Ja, weniger frische Luft. Christoph hat sich da die Tage jetzt schon vor Release bereits reingespielt. Ich habe meine Abenteuer, ich beginne meine Abenteuer zu Release. Umso besser ist es, dass Christoph uns jetzt schon mal so die volle Ladung Metro Exodus erklären kann. Worum geht es eigentlich? Was machen wir? Wie sehen die Neuerungen vom Spiel aus? Und ich denke, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen Story gehört. Ich weiß gar nicht, wir wollen ja auch nicht spoilern, ja? Nicht zu sehr. Wir werden kurz und bündig, so eine kleine Zusammenfassung vielleicht für die Leute. Ich glaube, es ist auch bekannt, also die Metro-Serie basiert auf den Büchern eines, ich glaube, das ist auch ein russischer Schriftsteller. Das ist ein russischer Autor. Ich glaube, es ist Dimitri Kluskov, glaube ich. Ich wollte es gar nicht aussprechen, weil Dimitri hätte ich noch rausgebracht, aber der Nachname ist da meistens ein Problem. Der hat halt diese Bücher rausgebracht, ist so ein bisschen ähnlich wie bei The Witcher, wo ja das Ganze auch auf Büchern basiert. Und diese Metro-Bücher sind auch sehr beliebt, also ich sage mal so in Osteuropa. Ja, klar, mittlerweile durch das Spiel auch hier in Zentraleuropa etwas bekannt geworden. Ich habe es auch im Regal stehen. Hast du es auch gut, du bist ja auch Fan, du bist ja auch, wie gesagt, Fans schwören ja sowieso drauf. Und ja, auch Metro Exodus passiert ja buchtechnisch, wobei sich natürlich die Entwickler immer so ein bisschen Freiheiten herausnehmen, logischerweise. Und ja, du hast es ja schon so kurz angeteasert und man sieht es auch hier im Video. Wir sind raus aus der Metro. Das war es ja auch schon vor Release des Spiels für so ein bisschen, ja, also innerhalb der Community ein paar Aufschrei gegeben hat, weil natürlich dieses Metro-Setting auf der einen Seite ziemlich einzigartig war bisher bei der Spiel, also in der Spieleindustrie, es hat auch perfekt gepasst, ja, weil Metro, Dunkelheit, Monster, sehr viel Horror-Elemente oder Grusel-Elemente und jetzt auf einmal geht es an die Oberwelt. Und ich kann aber eins versprechen, wir werden ja auch dann nochmal ein bisschen über die Atmosphäre natürlich im Detail reden, es hat nichts an Atmosphäre eingebüßt. Es ist nun halt eine etwas andere Atmosphäre, ja, um es mal, das ist ein bisschen komisch formuliert, aber ich versuche das dann noch im Testvideo ein bisschen genauer zu erklären oder jetzt dann auch gleich zu erklären, warum das so ist. Also wie gesagt, es geht raus aus dieser Metro. Warum? Ich will wirklich nicht zu viel spoilern, aber so die Grund, die Basics muss man dann doch erwähnen. Wir sind also Atium, der Held aus dieser Metro-Serie, den man auch bisher spielt, der auch wieder in diesem Teil stumm bleibt, ja, also er spricht nicht, was auch manchmal so ein bisschen leicht lächerlich ist, ja, wenn alle Charaktere ihm auch so direkt ansprechen und er nie eine Antwort drauf gibt. Ist ein bisschen komisch, weil er spricht ja dann auch wiederum, nämlich wenn man das Spiel lädt oder wenn man irgendeinen Spielestand lädt, dann macht das so Tagebucheinträge und da spricht er. Und deswegen finde ich es immer ein bisschen schade, dass er im Spiel selber dann stumm bleibt, ja. Das hat er in den letzten Spielen nämlich auch schon gemacht. Da gab es dann auch immer im Ladebildschirm, zwischen den Leveln gab es dann immer diese kurze Erklärungsphase von Atium. Und in den Leveln selbst, wenn ihn irgendwelche NPCs angesprochen haben, hat er nichts gesagt. Er hat nichts gesagt. Das ist manchmal so ein bisschen unangenehm. Man denkt sich so, Junge, sei höflich, gib deiner Frau zumindest eine Antwort. Nein, auf jeden Fall, Frau ist auch schon das Richtige, ist schon eine gute Überleitung. Also wir sind mit unserer Frau, die unterstützt uns auch, weil wir die Hoffnung haben, dass die Leute, die in der Metro leben, nicht die einzigen Überlebenden sind. Ja, also Atium hat nach wie vor diese Hoffnung, geht auch immer wieder an die Oberwelt und versucht Funksprüche einzufangen. Und eines Tages, wo er dann halt wieder dort oben steht, passiert etwas, nämlich er sieht einen Zug, der mitten durch Moskau fährt. Und das ist natürlich so, Moment, was? Ein Zug? Moskau fährt hier durch? Gibt es da tatsächlich andere Überlebende? Und auf einmal schwupps die Wupps werden wir von Leuten gefangen genommen, von einer, wo wir zumindest am Anfang glauben, einer quasi bösen Fraktion, wo sich dann aber herausstellt, dass der Vater unserer Frau, das ist ein hochrangiger Militär, der ist auch der Amtführer des Orden, zu denen wir eben gehören, die Schützen oder die sind die Beschützer der Metro. Und da stellt sich dann heraus, dass die schon seit Jahren verheimlichen, dass es an der Oberwelt Überlebende gibt, weil sie halt Angst haben oder anders formuliert, die Sorge haben, dass Russland wieder angegriffen wird. Ja, wir wissen ja, es gab da diesen großen atomaren Krieg und Russland hat sich so mit verschiedenen Störsignalmasten haben sie sich versucht abzuschotten von der restlichen Welt, damit eben sie nicht wieder angegriffen werden. Und plötzlich stellt sich heraus, es gibt doch Überlebende. Es hat sich in dieser verstrahlten Umgebung, haben sich neue Gemeinschaften gebildet und jetzt fahren wir mit diesem Zug quasi durch Russland durch. Wir versuchen eine Location zu erreichen, einen Safe Spot oder Safe Point zu erreichen. Und während dieser Reise erleben wir natürlich entsprechend viele Abenteuer. Und das ist eben das Besondere jetzt bei Metro Exodus. Wir sind nicht nur weg aus der Metro, sondern auch unsere Location ändert sich immer wieder. Also wir sind jetzt, das sieht man gerade im Video, die erste Location oder der erste Stopp, das ist die Volga, das ist so ein bisschen das Umlandgebiet rund um Moskau, wo schon auch Industrie ist, aber doch eher noch ländlich gehalten ist. Im späteren Verlauf wird man dann auch in so einem Wüstengebiet, also in so einem wüstenähnlichen Gebiet unterwegs sein. Dann gibt es einen Abschnitt, der ja mehr so Richtung Wald geht. Und wird er noch wieder in der Stadt unterwegs? Man ist am Anfang sehr viel in der Stadt unterwegs. Also so die ersten ein, zwei Stunden, wenn ich es noch am Schirm habe, da ist man sogar noch in der Metro unterwegs und generell noch in Moskau. Und ja, ich will nicht so viel spoilern. Es sind viele coole Locations dabei. Und es geht auch ziemlich abwechslungsreich. Ja, auch das Setting ändert sich sehr stark. Also wir sind jetzt halt hier in der Volga, wo wir zum Beispiel, was ich sehr cool finde, hier sind sehr viele, also durch das Schmelzwasser und so weiter, sind sehr, ist natürlich sehr viele, ich meine, Sehen ist jetzt übertrieben, aber es sind halt sehr viele Abschnitte durch Wasser abgetrennt, ja. Und damit wir diese überwinden können, haben wir ein Boot zur Verfügung. Ja, aber diese Boote, die stehen halt jetzt nicht irgendwie rum oder spawnen, sondern da muss man dann halt die auch suchen. Dann muss man die dann auch entsprechend, wenn man dann an Land geht, muss man oder sollte man sich merken, wo hat man das Boot abgestellt, ja. Das ist sehr witzig. Dann wiederum im Wüstengebiet gibt es natürlich diese Problematik nicht. Da kann man sich dann uneingeschränkt fortbewegen. Dafür gibt es dann wieder andere Gefahrenquellen, sage ich mal, weil hier ist halt das Wasser, weil wenn man da reinfällt, dann verschmutzt man nicht nur seine Waffen, sondern das ist natürlich auch alles noch radioaktiv verseucht und gleichzeitig schwimmt in diesem Wasser auch das ein oder andere Monster herum, was auch nicht ganz so toll ist. Ich habe Metro Exodus ja auf der Gamescom schon so ein bisschen angespielt. Da gab es ja eine kleine Passage zu spielen. Und du hast es ja gerade im Grunde schon so ein bisschen angestoßen, Gameplay-technisch. Wie sieht das aus? Es ist ja ein Shooter, aber ist das ein reiner Action-Shooter? Also gehen wir da rein, möglichst viele Explosionen, Artyom der Zerstörer? Wie sieht es mit Schleichpassagen aus? Genau, also wo ich schon einmal so ein bisschen die Leute beruhigen kann, die Metro gespielt haben, die Vorgängerteile, das war ja alles sehr linear und viele haben so jetzt die Angst gehabt, dadurch, dass man jetzt so kleine oder kleinere offene Spielgebiete hat, dass das Ganze mehr so in dieses Rollenspiel übergeht. Ja, das ist nicht der Fall. Es gibt zwar einige Roleplay-Elemente, wie zum Beispiel das Craften von Waffen. Also man muss immer wieder Ressourcen sammeln. Man muss seine Gasmaske oder seine Atemmaske reparieren. Man muss die Filter tauschen, wenn man in irgendwelchen radioaktiv verseuchten Gebieten unterwegs ist. Und das generelle Gameplay, dadurch, dass man jetzt das Ganze halt offener ist, hat man natürlich jetzt auch die Möglichkeit, nicht nur quasi aggressiv vorzugehen. Das war ja auch schon so in den Vorgängerteilen. Man hat immer die Wahl zwischen Stealth und zu ballern. Und diese Stealth-Mechaniken, die funktionieren auch sehr gut. Also es gibt einen ganz klaren Indikator, wenn wir gesehen werden. Also zum Beispiel, wenn wir auf Nacht unterwegs sind und irgendwelche künstlichen Lichtquellen sind da, dann können wir die zum Beispiel auch ausmachen. Dadurch sind wir dann natürlich für den Gegner schlecht sichtbar. Wir können unsere Waffen mit Schalldämpfer ausstatten. Also wir haben wirklich die Möglichkeit, also das sieht man auch dann vielleicht jetzt ein bisschen später noch, ich habe auch tatsächlich gerne diese Stealth-Variante gewählt. Aber man kann natürlich auch den offenen Kampf suchen. Also man kann auch direkt rein stürmen und die Gegner niederballern. Es ist beides möglich. Und das ist das Schöne, also es ist halt je nachdem, welchen Spielstil man bevorzugt. Man kann auch eine Mischung aus beiden machen. Am Anfang Stealth-mäßig unterwegs sein und die letzten Gegner einfach so niederballern. Und neben den menschlichen Gegnern gibt es natürlich auch wieder sehr viele Monster. Das tut sich auch sehr schön immer wieder so abwechseln. Also wir haben immer wieder Quest-Gebiete oder Aufträge, wo wir eher auf menschliche Gegner treffen. Und dann gibt es wieder diese Abschnitte, die dann an das alte Metro erinnern, wo eher diese Monster dominieren, wo auch mehr diese Horror-Atmosphäre rüberkommt. Und das hat man eigentlich sehr gut gemacht. Also für Abwechslung ist gesorgt. Da spielt sich auch alles sehr sauber. Was vielleicht ein Kritikpunkt ist oder vielleicht sogar einer der größten Kritikpunkte, das ist die KI der menschlichen Gegner. Bei den Monstern verstehe ich es noch, dass die jetzt nicht ganz so clever agieren, wenn die komplett verstrahlt sind. Aber bei den Menschen ist es halt dann schon sehr lächerlich, wenn man da so eine Basis stürmt. Und das sind jetzt 20, 30 Gegner. Und man stellt sich dann hin auf eine Treppe und die laufen dann wirklich zu dritt, wirklich einzeln hintereinander diese Treppe hoch und lassen sich einfach nieder, also abmetzeln. Vor allem habe ich auch Situationen gehabt. Also da waren zwei Wachen, die haben einen Abstand von sechs Meter und ich tue den Typen da mit dem Messer killen. Also das ist so eine Stealth-Attacke und der gegenüber bekommt gar nichts davon mit, obwohl man hört auch noch, dass er so röckelt und schreit halt. Klar, weil der kriegt gerade ein Messer in die Kehle rein. Das finde ich sehr schade. Also wer sich jetzt ein richtig Hardcore-Stealth-Spiel erwartet, so ein bisschen wie die alten Splinter Cell-Teile, der wird enttäuscht sein. Auch wenn die Gegner ballern, das ist halt alles immer dieses typische, sie gehen in Deckung, sie versuchen uns gar nicht irgendwie groß zu flankieren und wenn sie in Deckung sind, dann bleiben sie auch meistens in Deckung, weil es dann dieses typische, huh, Deckung, kurz, Kopf raus, sie lassen sich abknallen. Und das finde ich sehr, sehr schade. Das reißt mich auch immer wieder aus dieser Atmosphäre heraus, diesen Anspruch, den das Spiel ja an den Spieler hat, durch dieses Ressourcen sammeln. Es gibt nicht Unmengen an Munition, man muss Munition selber basteln. Man muss seine Waffe sauber machen, weil es zum Beispiel Ladehemmungen gibt. Also dieser Anspruch wird dann durch die doch sehr, sehr maue menschliche KI ein bisschen zunichte gemacht. Das finde ich sehr schade. Da hätte man... Du sprichst ja natürlich gerade zwei Themen an, die ich gerade eben noch nachhaken wollte. Erstmal Crafting, wie sieht es damit aus? Wir haben jetzt wieder eine, wir haben jetzt eine sehr offene Welt. Gehen wir so ein bisschen Farquay-mäßig durch die Gegend und erlegen, keine Ahnung, mutiertes Re-XY und bauen jetzt aus dem Leder eine neue Munitionstasche oder sowas? Oder wie schaut das aus? Es ist nicht ganz so penetrant und nervig wie im Farcrime. Aber es ist tatsächlich trotzdem so, dass man jedes Mal, wenn man eine Location betritt, das Erste, was man macht, oder zumindest, wenn man alle Gegner ausgeschaltet hat, man läuft mal einmal so eine Runde ab, öffnet alle Kisten, holt Munition raus. Wenn Gegner sterben, die werden automatisch, also die muss man auch immer brav looten. Die Waffen, die man findet, da kann man, man kann die Waffe aufnehmen oder man kann die Waffe dann quasi verwerten. Aufsätze runternehmen zum Beispiel, die dann selbst auf seine Waffe montiert. Das Crafting ist also in der Hinsicht irgendwie, ja, es macht tatsächlich mehr Spaß als im Farcrime, muss ich sagen. Es ist nicht so penetrant und gleichzeitig fühlt es sich aber auch organisch und richtig an. Also du findest halt eben, du tust mit chemischen Mitteln, tust du zum Beispiel deine Waffe reinigen. Das fühlt sich irgendwie richtig an, ja. Du bastelst mit Metallüberresten, Metallkugeln für dein Luftdruckgewehr, ja. Also das sind alles Sachen, die sich halt gut anfühlen. Und das Crafting funktioniert auch so, wir haben einmal die Möglichkeit, gewisse Sachen quasi so aus unserem Rucksack heraus zu craften. Ja, da drücken wir einfach länger die I-Taste, wenn man jetzt mit Maus und Taster durchspielt, dann stellt man seinen Rucksack auf und kann zum Beispiel einen Filter basteln für seine Maske. Also alles, was man halt wirklich so quasi on the go machen kann. Und dann gibt es aber auch die festen, großen Werkbänke und an denen kann man dann halt richtig Munition herstellen, ja, für seine anderen Waffen, also nicht nur diese Metallkügelchen. Da kann man dann auch die Munition besser verwerten. Ja, also wenn man zum Beispiel sagt, hey, ich brauche Schrotgewehrmunition nicht, weil ich habe gar kein Schrotgewehr, dann kann man diese Munition zerlegen und bekommt dann wiederum Sachen. Man kann auch an diesen großen Werkbänken dann seine Maske reparieren. Und das ist sehr schön, also dass man da nochmal so einen Unterschied gemacht hat zwischen Werkbank und quasi diesem mobilen Crafting. Das ist nicht so einseitig. Was ich ja auch immer wichtig finde, weil es in den letzten beiden Metro-Teilen wirklich wichtig war, wie sieht es mit unserem Munitionsmanagement aus? Wir wissen jetzt, dass wir sie selbst craften können, aber ich weiß noch, in den letzten Missionen war Munition nicht nur Munition, die war gleichzeitig auch Währung. Das heißt, wir müssen uns entscheiden, wenn ich diese coole Waffe denn haben will, habe ich denn überhaupt noch Munition, um mit dieser coolen Waffe zu schießen? Das entfällt. Also diese Handelsgeschichte, die entfällt jetzt größtenteils. Also es geht tatsächlich eher um diese Survival-Geschichte. Das heißt, wir finden unsere Ressourcen, wir müssen uns unsere Ressourcen selbst herstellen. Das heißt, wir sind auch selbst ein bisschen mitverantwortlich, haben wir genug Munition. Und ich kann so viel sagen, es gibt wirklich Abschnitte, wo sehr viele Gegner auftauchen. Gerade diese Monster-Gegner sind oft sehr zahlreich vorhanden. Die kann man auch schwer umgehen. Also da ist mit Stealth eher, da wird es eher schwer. Das funktioniert dann eher bei den menschlichen Gegnern. Und das heißt, man sollte schon schauen, dass man immer seine Munition dabei hat. Und um es kurz zu sagen, also wie gesagt, diese Währung da mit Patronen, die fällt jetzt weg. Jetzt geht es wirklich darum, selbst sich die Ressourcen zu sammeln. Ja, das heißt, aber man hat auch dadurch nicht mehr die Möglichkeit, so wie früher, mal einfach zu einem Händler zu gehen und zu sagen, hey, ich hätte jetzt gerne mal ein bisschen Muni, sondern man muss halt selbst darauf achten, dass man immer genug dabei hat. Ja, also es hat sich jetzt so ein bisschen von diesem Tausch hin zu diesem reinen Survival geändert. Okay, kommen wir mal, wir haben es ja schon angekündigt, so ein bisschen auf die Atmosphäre zu springen. Es hat sich ja vieles geändert. Wie gesagt, wir sind aus den beklemmenden, dunklen Metrotunneln raus an die Oberfläche. Und ich will ganz kurz sagen, was ich damals auf der Gamescom gespielt habe. Das fand ich nämlich wirklich gut gemacht. Die Passage auf der Gamescom, und ich will jetzt nicht großartig spoilern, aber kurz umreißen, worum es ging. Man war auf einem Gelände, was wohl früher eine Schule war, und man hat auf diesem gesamten Gelände immer wieder so kleine Notizen gefunden, wo die Schüler dieser Schule sich darüber unterhalten, dass die Welt im Grunde gerade hinüber ist. Und sie versuchen sich so an die Lehren ihres Lehrers zu erinnern, dass sie zusammenhalten müssen, um zu überleben. Und inzwischen waren diese Schüler scheinbar erwachsen und hatten sich halt auf den Lehren ihres Lehrers so eine kleine Gemeinschaft aufgebaut, aber eben eine Gemeinschaft, die darauf basierte, andere Leute auszurauben. Aber ich fand halt diese ganze Atmosphäre, die aufgebaut wurde, in dem du halt immer wieder diese Textstücke gefunden hast, immer wieder diese einzelnen Erinnerungsstücke von diesen Schülern, während sie halt in der Postapakalypse mehr oder weniger aufwachsen an der Oberfläche. Das fand ich halt wirklich schön inszeniert. Wie sieht das jetzt so im gesamten Spiel aus? Wie gesagt, eine große Atmosphäre im Wechsel, aber wie entfaltet es sich? Und das ist das, was die Entwickler gut gemacht haben. Ja, es ist zwar nicht mehr dieses Beklemmende von der Metro, es gibt zwar auch immer wieder Abschnitte, die etwas beengter und dunkel sind. Dafür haben sich die Entwickler, man, sie haben jetzt natürlich viel mehr Freiheiten. Sie haben halt jetzt außerhalb der Metro haben sich natürlich verschiedenste Fraktionen, Gemeinschaften gebildet. Und wie du schon erwähnt hast, da gibt es eben dann diesen Abschnitt, den ich auch schon gespielt habe, Entschuldigung, wo wir eben da diese Schüler haben, diese ehemaligen Schüler, die mittlerweile so ein bisschen so Outlaw, Mad Max-mäßig geworden sind. Natürlich darf wieder das Thema Religion nicht fehlen. Das ist zum Beispiel hier bei der Volga, wo wir unterwegs sind, ein großes Thema. Da gibt es halt eben diese Gemeinschaft aus Fischern, die halt sehr religiös angehaucht sind, was natürlich alles auch so ein bisschen ausgenutzt worden ist. Und das ist sehr spannend. Also man hat wirklich verschiedenste Fraktionen eingebaut. Die haben alle ihre Hintergrundgeschichte. Und diese Fraktionen sind auch aus den Geschehnissen entstanden. Also wie gesagt, an der Volga gab es oder gibt es halt viele Fischer. Und dadurch haben sich halt so Fischer-Gemeinschaften gebildet mit einem sehr religiösen Hintergrund. Also es kommt auch nicht aus dem Steg einfach so heraus, sondern es ist halt für gewöhnlich normal, dass man da halt sich am Abend oder am Sonntag in die Kirche geht und dafür betet, dass man halt am Montag in der Früh einen guten Fang hat. Also das ist schon alles sehr authentisch. Und das ist eben das, was die Entwickler gut gemacht haben. Auch bei strahlendem Sonnenschein und so weiter hat Metro Exodus eine extrem gute Atmosphäre. Also ich habe mich zu keinem Zeitpunkt gelangweilt. Es passiert ständig was. Es gibt ganz viele Geschichten nebenbei. Auch immer wieder diese Zettel, was du erwähnt hast, diese Notizen, die man findet, oder Audiobandaufnahmen. Die erzählen die Geschichte weiter, aber nicht so wie zum Beispiel im Fallout 76, wo man das nur so verwendet, sondern man trifft immer wieder auf Leute, die Geschichten erzählen. Und auch unsere eigenen Soldaten, mit denen man unterwegs ist, haben dann ihre Geschichten. Und da bilden sich auch verschiedenste Konstrukte. Also beispielsweise, um nur das ganz kurz zu erwähnen, wir retten da ein Mädchen und ihre Mutter eben aus dieser sehr religiös angehauchten Gemeinschaft. Und die sind uns super dankbar. Und einer unserer Soldaten, der, ich sage mal, nicht unbedingt, dass er sich verliebt, aber er entwickelt halt eine große Sympathie zu der Mutter, zu der Frau. Die ist nämlich Krankenschwester und die hat eine kleine Tochter und der guckt drauf, dass denen beiden halt gut geht. Der versorgt sie mit Essen und lässt das kleine Mädchen dann auch mal ans Funkgerät und fragt uns dann, hey Atium, bist du so nett, kannst du noch meinen Teddybären schauen? Also das sind schon ganz liebe Geschichten. Ja, manchmal vielleicht ein bisschen over the top, weil es ist ein bisschen zu kitschig schon. Aber es passt dann halt auch wieder. Klar, es sind harte russische Soldaten, aber klar, die sind auch auf der Suche nach einer Frau. Du weißt ja, wie sie ist. Nach so einer Gebogenheit in der Postapokalypse. Genau, man möchte halt irgendwo jemanden haben, einen Partner, mit dem man das halt alles übersteht. Und auch die anderen Soldaten haben halt ihre Geschichten. Und das ist alles gut eingefangen. Und generell ist die Atmosphäre sehr dicht, weil es ist halt auch dieser Wetterwechsel. Wir können uns halt niederlegen und können dann zum Beispiel selbst entscheiden, ob wir jetzt die Mission oder diese Quest lieber unter Tags oder auf Nacht durchführen. Und je nachdem nach Tageszeit ändern sich natürlich auch die Gegebenheiten. Also auf Nacht haben wir natürlich diesen Schutz der Dunkelheit. Das heißt, wir werden nicht so leicht entdeckt. Aber natürlich streuen wir noch mehr Monster herum. Unter Tags haben wir halt ein bisschen weniger Probleme mit dem Monster, weil wir die halt auch besser sehen. Aber wir werden eben auch besser gesehen. Genau, wir werden auch besser gesehen von der Gegend. Und so muss man halt immer selbst entscheiden, ob man lieber unter Tags, Nacht unterwegs ist. Es gibt dann eben diesen Wetterwechsel. Plötzlich fängt es mal an zum Regnen. Ja, dann kommt man wieder in Gebiete, wo man seine Schutzmaske aufsetzen muss. Wenn es da regnet, muss man auch ab und zu mal das Visier wieder sauber machen. Also das sind alles so kleine atmosphärische Geschichten, die wirklich, also die sorgen halt dafür, dass man für diese dichte Atmosphäre auch abseits der Metro. Man muss ja, da du es gerade eben erwähnt hast, auch dazu sagen, Fraktion war Metro schon immer ganz groß. Unten in der Metro gab es ja in den letzten Spielen sehr extreme Fraktionen mit den Kommunisten, die versucht haben, eine neue Sowjetunion aufzubauen oder dem Vierten Reich, was halt wirklich etwas ganz krass. Russische Nazis waren in der Metro. Das heißt, die haben sich noch nie davor gescheut, wirklich sehr lebendige, sehr extreme Fraktionen auch in ihren Spielen darzustellen. Und das ist ja nicht schlecht. Und da du es gerade eben auch schon gesagt hast, wir haben einen Wetterwechsel, wir haben einen Tag- und Nachtwechsel und wir sehen die ganze Zeit ja schon die Bilder. Entwickler 4A Games hat ja seine eigene 4A Engine dafür benutzt. Wie gut läuft es? Ich erinnere mich auf der Gamescom, dass ich gemerkt habe, auf der einen oder anderen Stelle gab es noch so ein bisschen sehr verwaschene Texturen, gerade bei Stein draußen in der Natur. Was war jetzt dein Eindruck? Also man muss wirklich die Entwickler loben. Die Engine, die läuft ja schon etwas länger und die haben die halt vom Metro-Teil zu Metro-Teil immer weiterentwickelt und jetzt haben wir quasi so die aktuelle Ausbaustufe erreicht und das ist wirklich großes Lob. Also der technische Part, den werden wir ja dann auch in schriftlichen Testberichten nochmal genau unter die Lupe nehmen mit diversen Benchmarks. Also wir sind auch gerade dran, mit verschiedensten Grafikkarten das Spiel durchzutesten und was man auf jeden Fall sagen muss, es sieht deutlich besser aus als das, was wir auf der Gamescom gesehen haben. Also die Texturqualität ist über weite Strecken sehr, sehr gut. Wir haben sehr schöne Animationen, ab und zu ist mal ein bisschen hakelig, aber das ist jetzt auch nicht irgendwie krass. Kein Spiel ist perfekt. Nein, also wie gesagt, wir haben eine schöne Physik-Engine, wir haben halt wirklich diese Atmosphäre, die durch die verschiedenen, durch den Tag-Nacht-Wechsel, auch diese Licht-Schatten-Spielereien, das sieht im Metro Exodus wirklich verdammt gut aus. Also generell ist das Spiel ein richtig schöner Eye-Catcher, also schon so auf Augenhöhe mit einem Battlefield V. Also die Qualität ist wirklich verdammt gut, für das, dass es halt eben eine hauseigene Engine ist. Und da ist ja jetzt auch kein irgendwie 500-Mann-Entwicklerteam dahinter, das darf man auch nie vergessen. Und ja, es gibt auch schon mittlerweile so ein bisschen den Gag so Can-it-Run-Crisis, ja, gab es ja früher, jetzt kommt ihr so der Ding, Can-it-Run-Metro Exodus. Es ist auch fordernd. Wir haben viele neue Technologien am Start, also gerade Nvidia war da ein starker Partner. Wir haben Raytracing, ein sehr neues Feature, das eben mit den neuen RTX-Grafikkarten gekommen ist. Und man muss auch dazu sagen, Raytracing sieht auch richtig gut aus, wenn man es verwendet. Es ist zwar recht dezent, aber wenn man dann diese Szenen, vor allem wenn man sie vergleicht, merkt man, dass Raytracing schon ein verdammt cooles Feature ist. Also diese verschiedenen, also diese realistische Ausleuchtung von Räumen, das bringt nochmal zusätzliche Atmosphäre mit rein. Wir haben Deep Learning, Supersampling am Start, was nochmal einen Performance-Boost gibt. Das ist vor allem für die Leute interessant, bei denen das Spiel vielleicht nicht ganz so flüssig läuft. Die können mit diesen DLSS nochmal gut 20, 30 Prozent Performance herausholen. Und also wenn man das Ganze auf Ultra-Settings laufen lässt mit Raytracing, dann sieht das schon richtig geil aus. Braucht dann natürlich entsprechende Hardware, aber dafür bekommt man halt auch ein verdammt schönes Spiel. Vor allem es ist halt auch Open World. Also wir haben doch immer eine sehr hohe Weitsicht. Wir haben diese schönen Wettereffekte, Rauchschwaden und diese ganzen Geschichten. Also da muss man... Ja, muss man lassen. Ich war selbst ja so ein bisschen skeptisch nach der Gamescom, aber wie ich das jetzt hier am PC gesehen habe und wie viel Mühe sich die gegeben haben und auch die Qualität der Texturen ist wirklich deutlich nach oben gegangen. Also ich glaube, auf der Gamescom haben wir wahrscheinlich noch nicht so eine optimierte Version gesehen. Deswegen hat man wahrscheinlich noch ein bisschen runtergedreht. Aber es sieht halt richtig gut aus und man hat es jetzt auch hier die ganze Zeit schon im Video gesehen. Also wir haben das Ganze in 4K aufgenommen mit Raytracing, mit den Ultra-Settings. Ja, und das ist schon ein sehr schöner Titel. Und auch gleich, um deine Frage zu beantworten, auch der Sound ist sehr, sehr gut. Wir haben stimmigen Klang, wir haben richtig gute Waffensounds auch. Also das hört sich auch richtig gut an, weil es ist ja auch vieles selbst gebastelt und das hört sich auch so teilweise an. Ja, und die Sprecher haben, obwohl wir eine deutsche Vertonung haben, die haben alle so einen schönen russischen Akzent dabei. Ja, nicht übertrieben russisch. Das muss halt passen. Aber es passt auch. Es ist nicht übertrieben. Es ist nicht so, dass man dann dasteht und die ganze Zeit schmunzelt, sondern es ist ein angenehm russischer Akzent. Ja, es ist kein so, weißt du, so overacted, wie man ihn so aus den ein oder anderen Filmen kennt. Das haben sie in den letzten Spielen aber tatsächlich auch schon ganz gut hinbekommen. Was mir gerade eben eingefallen ist, wer mehr zu Waytracing wissen will, kann sich unsere Battlefield 5 Videos angucken. Da hat sich nämlich Christoph genießerisch ausgelassen über diese neue Technik. Also wir werden im schriftlichen Testbericht auch noch ein bisschen was reinschreiben. Also für all diejenigen, wenn ihr dann unseren schriftlichen Testbericht lest, der wird dann auch in zwei Teile aufgeteilt. Also wir haben dann den Haupt-Review-Teil, den Lars schreiben wird und dann auf der zweiten Seite gibt es dann Benchmarks und da werde ich auch noch mal so kurz reinschreiben, was Raytracing und DLSS hier in genau in den Spiel bringt. Also keine Sorge, wir können das nur nicht alles jetzt ins Video packen, weil das eh schon wieder viel zu lang wird. Aber keine Sorge, wird alles erklärt dann im schriftlichen Bericht. Wir müssen ja, es muss ja auch einen Grund geben, den schriftlichen Bericht zu lesen. Eigentlich ist das jemand, wo wir zum Fazit kommen und wie du gerade schon gesagt hast, das Video ist schon extrem lange. Trotzdem wollen wir ganz kurz über die etwas umstrittene Entscheidung des Publishers bezüglich des Shops ansprechen. Über den Store reden wollen wir ganz kurz. Also es ist so, dass das Spiel eben exklusiv im Epic Game Store erscheint und nicht auf Steam. Vielleicht für die Leute, die Entwarnung, wenn ihr das Video seht, ist wahrscheinlich eh schon das Thema durch. Wer es vorbestellt hat auf Steam, der kann es natürlich auf Steam spielen. Ich bin definitiv nicht glücklich mit der Entscheidung. Bisher hat mich der Epic Game Store nicht so ganz überzeugt. Du hattest ja selbst das Problem, dem Spiel-Key aktiviert. Es wurde aber nicht in der Library angezeigt, weil es eben erst heute zum Launch angezeigt worden ist. Also das ist so eine Designentscheidung, die ich wirklich nicht nachvollziehen kann. Und ja, generell ist alles sehr unübersichtlich. Ich hatte auch das Problem, ich habe das Spiel gestartet und also ich habe das Spiel installiert. Ich habe auch extra für Metro Exodus jetzt diesen Epic Game Store Client mir holen müssen. und das Erste, was halt mir gleich draufhaben wollte, war Fortnite. Keine Ahnung wieso. Bei dir war es nicht so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich sehr, sehr schade, dass man da jetzt so ein bisschen einen Kampf draus gemacht hat, denn Steam ist keine schlechte Plattform. Natürlich hat Steam seine Probleme, aber auch der Epic Game Store wird diese Probleme früher oder später haben mit vielleicht gefakte Wertungen. Ja, weil man wird irgendwann mehr Wertungen einbauen. und das haben sie ja auch schon gesagt, auch wenn es jetzt am Anfang nicht drin ist. Also so wirklich happy bin ich mit der Entscheidung nicht, aber bitte, das sage ich auch ganz konkret, lasst euch deswegen das Spiel nicht schlecht reden. Also auch wenn das Spiel nicht, wenn ihr es jetzt über einen Epic Game Store spielen müsst, ja, oder euch holen müsst, weil es eben bei Steam nicht mehr geht, das Spiel wird deswegen nicht schlechter oder besser, nur weil es in einem anderen Store ist. Also die Qualität und das Ganze ist gleich und ja, also das soll bitte nicht die Kaufentscheidung wegmachen, ja. Ja, ich denke, das war ganz wichtig, nochmal ganz kurz darüber zu reden, weil das eben, wie ich weiß, viele User jetzt verunsichert hat, gerade in den letzten Tagen, wie ist das jetzt mit dem Epic Store, weil an ihm scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Absolut. Aber wie du gerade eben gesagt hast, es wird ja kein schlechteres Spiel dadurch, deswegen dein Fazit, nachdem du jetzt schon gespielt hast, Metro Exodus kaufen, ja oder nein? Also ich mache es wirklich ganz kurz und bündig, für die, die was die Vorgänger gespielt haben, ihr könnt definitiv alle wieder zugreifen, die was Fans sind, auch wenn das Ganze jetzt eben, das Setting sich geändert hat, es hat sich aber aus meiner Sicht sogar ein bisschen zum Besseren verändert, weil diese offene Spielwelt einfach viel mehr Möglichkeiten bietet, ja. Also ich hatte wirklich von der ersten Minute an wahnsinnig viel Spaß mit dieser coolen Atmosphäre, mit dem Settingwechsel, ja, weil man halt nicht ständig immer nur in Eingebiet ist, sondern dann auch weiterfährt mit dem Zug. Es hat eine verdammt gute Optik, die Geschichte wird sehr cool erzählt, auch kleinere Nebenstories werden zum Teil richtig gut erzählt. Es hat einen guten, also der Anteil aus Action mit so ein bisschen Rätseln, mit Überleben, also mit diesem ganzen Survival, das ist eine wirklich super gute Mischung geworden. Es hat zwar seine Mängel, gerade was die KI betrifft, ja, auch der ein oder andere abgehackte Animation müsste nicht unbedingt sein und der ein oder andere Nebenquest ist auch so ein bisschen over the top, ja, ich sag nur Stichwort Teddybär, aber ansonsten, es ist wirklich ein tolles Spiel geworden, es ist wirklich ein tolles Rollenspiel und wenn man so den Hinterkopf behält, dass das Ganze jetzt nicht gemacht worden ist von einem riesigen Team, so aller EA, ja, wo 500 Leute dran sitzen mit einem Millionenbudget, dann wertet es das Spiel sogar nochmal zusätzlich auf. Also ganz klare Empfehlung für all diejenigen, die das Spiel davor gespielt haben oder die Teile davor. Alle anderen, die jetzt einen reinen Action-Shooter suchen, Finger weg, ja, weil es doch eher in die Richtung Survival, Open World geht, also das sollte man halt wirklich im Hinterkopf behalten, dass es halt jetzt nicht dieser komplett straighte Action-Shooter ist wie ein Call of Duty oder Battlefield, ja. Wunderbar, ich freue mich tatsächlich auch schon jetzt ins postakalyptische Russland aufzubrechen. Christoph, wie immer danke ich dir für deine Expertise in Sachen Metro Exodus. Leute, falls euch das Video gefallen hat, lasst drücken, subscribe da, dann verpasst ihr auch keines unserer zukünftigen Videos und ja, bestenfalls sehen und hören wir euch dann beim nächsten Mal. Tschüss. Bis dann, ciao.